ja hallo willkommen mein name ist danirolp und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 in der letzten folge haben wir diese komische bank oder wird diese komische bank außerhalb von diesem gebäude erkundet oder bank stadthalle tresorraum und also was erkundet und jetzt stehen wir vor unserem herzen gegner die tür die meister verschlossen ist ich habe mich nicht von nick blamieren naja wir haben ein tiefgründiges gespräch mit nick gehabt in herzen folge und die position und resetet dass ich einmal rausgegangen bin mann so wieder verschlossen warum ist ja alles verschlossen dann schon wieder verschlossen es war mit einem anfall bekommen er wird leute durch die gegend schmeißen wenn er hat gesehen würde ich wie oft hier die sachen aufschließen muss na gut dann gucken wir mal was der dekan so zu verzeichnen hat selbst steuerung brauche ich nicht mehr kämpfe der name da kommt mir so bekannt vor also wenn er meist nahm zum schluss also wir hätten folgen weil er auf irgendwelchen pc ist hier irgendwie so genannt und so aber ich habe so gefühl den namen zu kennen irgendwie den dritten teil irgendwie mal vor ja so da waren wir ja schon drin alle weil wir schlussene türen einmal auch noch eine verschlossene türen muss ja auch noch durch bei gott soviel kann man die jetzt kaputt gegangen sind wenn ich auch nicht noch unter 100 das sieht aus wie post kampf ich sag's doch was sagt es doch du bist länger gerne ich hier start bei 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 und überhaupt an den dingern schaden nun so ein ganz kleines bisschen billig da wer kann bock mehr ich bin so extremst auf den nerven gegangen wenn die sind direkt aber mal ein paar dinge an mein krischen treffer aufladen aufladen es kann bock mehr ok los werte ich keine lust mehr wem sind so zu sehr gesetzt hier ist mein angebot ach ja was kannst du nehmen so lange minigun und so ne nimm die war wie eine tonne ich weiß ob ich die überhaupt brauche und dann habe ich eine exakt gleiche minigun das hat mir ein bisschen angst gemacht gerade wie langsam der sich bewegt hat das hat mir echt zu ein bisschen angst eingehakt nur so so eine information oh nein das hat schon jetzt einfach so überpowered das ist irgendwie pervers geil die posen terminiere sämtliche feindliche lebensformel systeme aufschlagen ich bin schon auf dem level von jojo spiel adventure exakt exakt da unten fährt mir ein hier das letzte mal eine lebende see vor 200 jahren was denkst du versperrt ist alles versperrt wer hat denn so viel zeit schon mal mehr terminals damit mich nick liebt damit er mich zu seinem bellen teilen macht ich bin jetzt überhaupt einen einzigen fusionskern verbraucht ja und der eine der so elf ladungen oder irgendwie sowas hatte kann wieder aufnehmen sehr gut jetzt hast du jetzt schon wieder warum kommst du jetzt erst gerade einen verwandten das ist sogar so nah an wir dran kommen das ist was genau gleich ich bin ja nur nicht weg in der hollacht ich deine knarre das von gart Silvoplay. Da. Warum hält halt so viel mehr aus als halt Legendäre? Das gibt's doch nicht hier. Halt doch mal endlich. Alter, warum? Was? Ey, warum hält das Vieh so viel mehr aus als ein Andere? Das ist doch nicht mal legendär. Ah. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, ich habe noch nicht mal nach dem einen Vieh hier gespeichert. Äh. Hier war ich drin. Okay, boah, das ist perfekt. So, wenn es irgendwo hier leckt mich. Ich bin hier verarschend. So blöd, wie ich um die Ecke mehr Schwäigkeiten macht als legendäre. Entschuldigung. Scheiße. Warum machst du nicht mit einem Schlag weg? Nicht, weil es losgeht. Das ist eine Option wäre. Das war. Also, wieder unnötig. Aber okay. Von mir ist auch nichts. Da war ich noch ein Traum gewesen. Die Hoffnung besteht noch. Die Hoffnung stimmt. Bin ich tiefgründig. So. Da sehe ich doch schon wieder so. Ah ja, taucht vielleicht wieder so ein Vieh auf. Im dritten Teil waren die Viecher nicht so nervig. Wer war das Erfahrungspunkte? Ich nehme mal an, nicht. Ich würde schon sagen, es ist ja nicht mal ein Schalter oder so. Ich bin sehr detailgetreu. Ich will also nicht mehr so ein Gehirn. Ich würde auch sagen, es ist ja nicht mehr so ein Gehirn. Du spielst mir, du schläst mir, du schläst mir, du schläst mir, du schläst mir. Du spielst mir, du schläst mir, du schläst mir, du schläst mir, du schläst mir. Oh, alter. Der ist auch vollgestört. Oh, warte. nein ja noch mal ganz chillig ist das ich bin der letzten magazin gefunden antiklimatik schon wieder unnötig fisch als gast oder war man nicht so mitte technische dokumente und sehr viele safes und kein terminal zu merken genau das brauche ich doch gerade kp-kaliber 50 sehr sehr dankbar für trotzdem erfahrung gegeben doch noch gütlich einigen ob ich irgendwie verarbeiten kann sie jetzt so kochen mäßig zum meyer log omelette machen in der erfahrungspunkte man bekommt schon wieder eine versperrte tür deswegen sollte ich allgemein so fleisch und so mal mitnehmen jetzt sind ja ein erfahrungspunkte die ich bekomme sind sondern immer so 34 oder so man stapelt sich ja auch ich meine ich habe ein level abbekommen weil ich nur drohungen zu verbunden ab jacks uns später noch an mein gott ist das hier gibt es noch so viele wege in diesem blöden teil sicherung wieder verschlossen alles verschlossen geschafft jetzt ein moment lang gelacht habe er so eine werkstatt jetzt gebracht wenn sie sei verschlossen danke dann könnt ihr reilt gut 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 ja mal interessieren ob irgendjemand liest ja so weil wir waren diese ganzen sachen liest dann würden sich wahrscheinlich die spielzeit noch mal so um bestimmt zehn stunden oder so ja schon eine ganze weile am spiel ich habe auf jeden fall über 100 stunden sicher dass du nicht teilweise sind bist obwohl das wüsstest du dann ja nicht oder entschuldigung ist aber nicht kommt noch rein und auch nicht so jetzt geht man über sich total flöten wo ich schon war und wo nicht einfach so viele orte sind und so wie er ist er verschlossen warum ist alles verschlossen vor allem vor wem wird das alles verschlossen irgendwie so 15.000 leute die alles untereinander hier verschließen oder wie mit nie irgendjemand und wieder an kann ich die karotte mitgenommen schon wieder ein neuer ort hier so wie viel haben wir davon schon interessiert mich ja machen wir unseren unserer rechtmäßigen herrschaft noch stärker bin ich auf jeden fall gut so was haben wir denn noch hier erst mal gucken von hier jetzt nicht wieder hier ok ich bin hier hochgegangen dann dann ja hier ist der eine raum das will ich haben bin ich noch bei den anderen raum gekommen da ok da ist noch ein raum aber ich glaube schon sind ja ok ich weiß schon wieder dann ist noch hier dieses ding ins übrig hier dieses terminal juck's terminal juck's terminal juck's terminal oh 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 die hat kind oder arbeit da werden mädchen oder das institut warum ich gebraucht er ist von dem wahrscheinlich schick lieben schade wie nun jacks oder deswegen schon wundert du sind schlampe öffne die türe ich wollte der tolle mann noch mehr jacques hollewand ok als erstes wollte ich sagen es tut mir leid ich wusste dass ich an was großem dran bin und ich wollte mal sehen was ein händler mir dafür bezahlen würde wenn ich es finde mir war nicht klar dass das institut daran interesse haben könnte und jetzt steckt die ganze stadt in schwierigkeiten ich weiß du hast gesagt ich soll mir keine sorgen machen aber die stadt wird uns sicher auswerfen oder schlimmeres und es war die wahrheit ich habe die daten nicht ganz egal was mit der umans und seine leute denken deshalb muss ich wieder da rein ich weiß dass dort der schlüssel liegt ich muss nur das puzzle lösen es hat etwas mit diesem professor zu tun wenn ich die daten finde kann ich dem institut geben was es will und dann lassen sie uns in ruhe okay ist aber immer noch nicht fertig so ich frage jetzt jetzt habe ich die daten gefunden wie es hier geht es ist überhaupt von bedeutung sind die daten überhaupt noch da wahrscheinlich gar nichts mehr mit mir zu tun naja wer schafft man auch in den partnern immer ja schon fällig außer ich finde hier noch irgendwie was wo ich hin kann ich glaube nicht weiter man konnte noch da oben da da konnte man ja noch oben das geht immer noch weiter wieder dazu ich werde schon mal herausgegangen wäre ein fataler fehler gewesen wo ich habe jetzt schon hier eine zeitschrift gefunden wenn sie heute noch toppen könnte wir eine wackelpuppe also bitte zwinker zwinker was planen sie einen hinterhalt du verwirrst mich mit deiner kampfnoster das war darunter was geht an die führer gott grob nach power arme und beine am besten ab dann ist auch keine gefahr mehr oder weil mit dem schwert ist sowieso keine gefahr wir haben 25 minuten schon wieder wir sind hier schon wieder los du dürfte es nicht so viel aushalten meine güte so wie bist du schon wieder hoch gekommen habe ich da runter geschmissen da kann man zum kommen weil wieder kann man noch ganz schnell was hier ist ich habe sorgt für hier ist nicht mehr viel miniatum haben wir natürlich lecks notiz ok ok machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich dann als zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge sozusagen das w 为什么 wie wie wie